Ja, herzlich willkommen zu einer Runde Minute Stakes & More. Heute als Thema, wie mache ich aus aufgestiegenen Waffen und Rüstungsteilen die aufgestiegenen Waffen und Rüstungsteile, die ich auch benötige, das heißt die ich auch brauchen kann. Waffenboxen sind ja in der Regel nicht darauf ausgerechnet, dass ich mit meinem Charakter die auch gut benutzen kann, sondern es ist einfach Glück, dass ihr sie bekommt. Seit dem letzten Release gibt es nun die Möglichkeit, dass ihr aus aufgestiegenen Waffen und aufgestiegene Rüstung das macht, was ihr braucht. Was und wie geht das? Ganz einfach. Ihr nehmt die Rüstungsteile, die Waffenteile, packt sie in die Mystische Schmiede, dann nehmt ihr eine entsprechende Insignie exotischer Qualität mit den entsprechenden Werten, 5 Ektoplasma dazu, dann zum Ianni, 10 Geisterscherben für die Anthologie des Helden ausgeben und schon habt ihr es. Ab in die Mystische Schmiede, draufdrücken, fertig. So schnell kann das gehen und da hat man noch mehr Spaß. Bis dann. Tschüss.